Gut, bei Klaus Augenthaler muss man einfach einige Abstriche machen und ich glaube jetzt gibt er ein Zeichen. Möglicherweise zur Auswechslung, er gibt das Zeichen und ja, liebe Zuschauer, ein großer Augenblick jetzt und genießen wir diesen Augenblick einmalig. Dieser Mann, Klaus Augenthaler, Markus Schupp wird für ihn aus Welt kommen und die Leute hier im Stadion stehen auf, applaudieren, der Jubel für einen ganz, ganz großen Mann, Servus Auge, einer der größten hier in Bayern, trotz der vielen internationalen Stars. Ich lasse Sie, liebe Zuschauer, ein paar Augenblicke mit diesen wunderbaren Momenten alleine. Genießen Sie den Abschied von Klaus Augenthaler. Liebe Zuschauer, ich muss mich doch zwischendurch einschalten. Gerade eine wunderschöne Geste, Sie haben es gesehen. Ich bin Biali, der einen Kuss gab auf die Wange von Augenthaler. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Ich habe ein wenig feuchte Augen hier. Toller Augenblick. Und schade, dass Auge nicht mehr mit der Leist auf dem Feld. Siebenmal deutscher Meister. Ich will gar nicht die ganzen Erfolge von ihm wiederholen. Es wäre eine abendfüllende Veranstaltung, wenn ich anfangen würde, daraus zu heben, wäre eigentlich noch der Weltmeistertitel im vorletzten Jahr unter Franz Beckenbauer. Ein großer Mann, ein großartiger Mann. Weißbier hat er gerade gesagt. Haben Sie es den Lippen abgelesen? Weißbier wieder haben. Ach herrlich, herrlich, herrlich. Das ist unser Auge. Typisch Klaus Augenthaler. Wunderbar. 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 Das berühmte Trikot mit der Nummer 5. Das Weizenbierglas und rechts sehen Sie schon den glänzenden Kopf von Uli Köhler und hier die Frau, die Kinder, Lisa, die kleine Lisa, schau mal, da ist der Papa und die große Tina und jetzt lieber Kollege Uli. Ich weiß nicht, ob Sie mich jetzt alle verstehen können, hier ist ja kein Höllenwärm, Auge hat als erstes gefragt, wo sind meine Zigaretten, ich hab sie hier für dich da. Also ich muss sagen, ich höre mal, dass es auch geht. So, und nach dem Weißbier hat er auch gefragt, nach dem Weißbier hast du auch gefragt, wo ist es? Es ist leider leer. Auge, wenn du das jetzt so erlebst, was zieht alles an dir vorbei? Also ich muss sagen, ich muss mit dem Training treten. Das ist wunderschön, das tut weh. Ich merke, es ist ein bisschen traurig oder sehr traurig? Ich meine, ich bleibe beim Verein, das ist das Schöne daran. Das andere tut natürlich weh, dass ich jetzt weg bin, der Mannschaft. Ich wäre gerne noch mal zehn Jahre jünger. Alles klar, als Trainer vielleicht wird es ja jetzt erfolgreicher, du hast alle Voraussetzungen dazu. Vielleicht. Alles Gute Auge, danke. Ach, herrlich, 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 herrlich. Und auch für diese drei, die so wichtig waren in seinem Leben, ein toller Augenblick. Mein Herz pumpt richtig. Ich glaube, ich bin noch viel ergriffener als der Klaus Augenthaler. Ich weiß nicht, wie es Ihnen zu Hause geht, liebe Zuschauer. Ich glaube, Sie werden mir recht geben. Von Flensburg bis nach Garmisch-Bakenkirchen. Dieser Mann ist überall beliebt. Er verkörpert einfach so viele positive Tugenden, dass es richtig schmerzt, dass er als aktiver aufhört. Oder aufgehört hat, muss man ja korrekt sagen. Rechts die kleine Lisa. Zweier im Vierteljahr ist sie alt. Ehefrau Monika, die quasi der Manager ist von Klaus Augenthaler, die nur ein einziges Mal eingegriffen hat in der Karriere. Damals, als Pal Czernay ihren Mann mal beleidigt hatte, da ist sie zu ihm hingegangen und hat ihm deutlich die Deviten gelesen. Dann gibt es auch ein Zitat von Klaus Augenthaler, da wir gerade die Tochter gesehen haben. Und wenn meine Tochter weint, geht mir das näher als eine schlechte Kritik der Zeitung. Ja, der Kameramann ganz ergriffen ebenfalls. Es geht weiter im Spiel, liebe Zuschauer. Und Sie sehen noch einmal diese wunderschönen Bilder hier. Klaus Augenthaler in der Nacht von München. Auge macht's gut. Die Leute stehen immer noch. Standing Ovations. Auge macht's gut, singen sie. Und auch wenn ich mich vielleicht vorhin ein bisschen aufgeregt habe über die Abwehrleistung des FC Bayern, vielleicht sollten wir etwas runterschalten und nicht ganz so fittisch sein. Es ist ein Freundschaftsspiel nächste Woche in Uerdingen, da bin ich mir sicher, wird's anders aussehen. Wir werden gleich sicherlich noch einmal ein Interview führen mit Klaus Augenthaler. Es gibt so viele nette Geschichten, Historien über diesen Mann. Dass auch das eigentlich einen eigenen Film, großen Film wert wäre.